Ich hab ohne g's, ich glaub ich brauch für dich extra ein Phrasenschwein, jetzt wo ohne Scheiss. Jenga mit Trank. Der Typ ist absoluter Bullshit. Jenga mit Trank, ja. Sind sie auf ihre Verbündeten auf? Jaja, dafür musst du dann Quastle spielen. Mann, ich glaub wir waren ein bisschen schneller fertig. Meins. Ja, Paut. Oh, Chirox bei uns rum. Klapp dich nicht mal so. Aua, aua, aua. Au. Boah, Junge, 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 Junge. Also den Jenga haben wir gut abgewählt von denen. Hast du bestimmt nicht auf Treve gewonnen? Ach, verdammt, der wollte ja mit mir. Ah, der wollte ja mit mir. Ah, der wollte ja mit mir rein spielen. Ah, dieser Sporkreiser. Der Struck ist real, sagst du? Bei Ryu immer, oder nicht? Hehehe. Hehehehe. Meins. Wie klaut. Ich hab nichts für dich als Sound am Start, ja? Nice. Ohhhh. Den fühl ich. Den fühlst du? Den fühl ich total, ja. Guck mal, so ein Ruder-Tipp bin ich. fang da unten fang da erledigt die wand mich auch noch erwischt nichts bekommen wie schaut's bei euch da oben aus ähm sexy ich halt einfach nicht das ist nicht stimmt du musst ja nicht leveln nein er musste hättest du xp teile gehabt welche jetzt schon level 9 und 10 sein und die schnauze jetzt schnauze wer hat mich da abonniert ich hab keine ahnung wenn das ist äh follow jetzt so sie haben mich bei den stich gelassen ich musste dafür unten hallo du hast doch so viel zeit noch der pama zu holten ja ja aber trotzdem muss sich dafür unten also du hast keine tolle show geliefert will jetzt paar leute da sind die direkt ein natürlich diese ganz große das war jetzt auch wieder gealter wollen wir den pushen ich hab nur sechs punkte weiß ich ich würde das wohl eher sagen dass der pflash mehr dort ist Aua! Nice! Was soll ich spielen? Am... Am... Den... 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 Jaja, im kaltes Wasserlegen Verstehst du? Du verstehst? Also Ryo, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, ne? Ja, alles okay, entspann dich mal Ah, wir werden weiter zurück Ich bin ganz ehrlich, Ich bin mir da öfters nicht sicher bei den diversen Leuten, die ich so kenne Deswegen gehe ich eben auch sicher Aber auch dir achten nicht Aber wenn du nichts verstehst, bist du selbst Oder bitte 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 Mh... Aua! Mh... Aua! Komm her, ich brauche ein bisschen Leben Ah, nein! Wo kommst du jetzt her? Oh my god! Wie siehst du noch beschäftigt? In der Mitte? Nice! Irgend mal Gänger kurz zu sehen Naja, ich hab's gesehen Aber hat geultet das Gänger Ja Ja, den Gegner haben wir auch Der Oberscher Runa Ich muss dann unbedingt ein bisschen leveln Ich hab die Jahre mit gegnerischen Jungle Woher kommt der gegnerische Jungle... Hey! Hallo! Hallo! Hahaha Das halt hast du nicht bekommen, ne? Oh, jetzt ist die Freude daran, dass ich wieder zurück bin Nein, nein, ich meine mit Hallo, äh... Dieses, äh... Silvado Jetzt bin ich doch ein bisschen getäuscht Direkt reagieren Wandimos Was? Mann, du hast halt geültet, ne? Nichts Aua! Aua! Nice! Schön! Ich bin direkt Dragoran, lass mich doch leveln, du Follohors, Digga Ja, ehrlich, ey Meine Fresse weg Steilt mir die ganze... Es ist... Nicht zu fasten Ehrlich Wir sind mit, äh... Treffen beschäftigt Ja Besser, du spielst Whisker Gold sehr gut Also, das ist... Vor dem Chat Ja, ich tue mein Bestes Nice Ja, das ist wichtig Ich dachte, sie machen echt... Gut gewesen, ne? Äh, Sabaru um Ich muss zurück, ich bin... Ja, Ult ist auch gut Ja, ich bin der einzige Tacker, die Mates... Ich bin der einzige Tacker, die Mates... Ja, okay... Jetzt kommt gar nicht... Jetzt haben wir alle einfach gemacht... Jetzt kommen die Mates... Ich bin der einzige Tacker... Ich muss grad sagen, hat er nicht was für Unterricht, aber... Naja, wir haben ja noch Bisa Floor... Ja, sie ist richtig... Aber, äh... Ich Tacker jetzt... Die, mit denen wir kommunizieren... Das meinte ich damit... Achso... Jetzt hab ich noch mal Bock... Ja, Ult ist halt auch... Charon und ich noch mal für den... Für den... Lachs, hä? Meinst du Gax? Für den Gax, ja... Ich zeig's mir mal... Für ihn... Für den Gax, damit... Komm du mal her wieder... Digga... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Mach dir da mal... Nicht Charon und ich fahm hier hinten... Ah... Das ist das geil... Oh mein Gott... GG... Oh, was hab ich denn... Oh mein Gott... Ey, meine Freunde spielen jetzt mit denen... Die sagen, du spielst gut, war gut... Ja, ich... Viscogon fühl ich die Season echt sehr... Sehr viel... Aber mit Charon an der Seite... Ich halt... Ich bin einfach unsterblich... Machina... Sehr schönes Spiel... GG... Yeah, merke ich... Ich denk das Charona... Jawoll... Das sind auch... Das ist ein Seldle...